Winnigbruch. Ein schneller, schmerzloser Tod. Das hier haben wir bei ihr gefunden. Das hat sie um den Hals hängen gehabt. 12 Tierkreiszeichen. Man nennt es auch Zodiagnac. Das hier nehme ich mit. Das hat jemand in meine Tasche bestellt. Ich weiß nicht, du spürst. Das ist ein Teil der Prophezeiung von Nostradamus. Nostradamus? Aber sowas glauben Sie? Was weißt du über den Zodiagnac? Was bedeuten all diese Nachrichten? Was hat Ihre Familie damit zu tun? Erzähl du mir bitte nicht, was ich tun soll. Wir müssen eigene Ermittlungen anstellen. Kümmer dich da. Ich bin mir sicher, dass es ein Familiengeheimnis gibt. Und Gabriel Fischer-Hellwart ist der Schlüssel zu diesem Fall. Der Sachverständige meint, dass es theoretisch möglich ist, sich die Schrift eines anderen so exakt anzueignen, dass man sie nicht mehr vom Original unterscheiden kann. Allerdings müsste der eine vollständig in die Haut des anderen Menschen schlüpfen. Und wer bitte schlüpft in ein Skelett, das seit 50 Jahren unter einem Baum verscharrt liegt? Wollen Sie mir Angst einjagen? Schlafen Sie gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017